Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 26. April. Heute dabei Facebook, Amazon, Gmail, Google Tasks, Snappables und Spectacles. Beginnend tun wir mit den Quartalszahlen von Facebook. Wir hatten ja vorgestern schon Google, die die Erwartungen übertroffen haben und Facebook hat auch die Erwartungen übertroffen in den meisten Punkten. Also ich erspare euch auch die Details zum größten Teil. Ihr könnt die natürlich in dem Link in den Shownotes nachlesen im Artikel, in Sachen Umsatz und allen möglichen Krimskrams an Daten und Zahlen, die vorgestellt worden sind. Aber interessanterweise möchte ich auf zwei Punkte hinweisen und das sind zwar die Daily Active Users, aber auch die Monthly Active Users. Denn die sind beide gestiegen, aber unterschiedlich im Vergleich zum Vorquartal. Die Daily Active Users sind um 3,42% gestiegen, waren vorher nur 2,18%. Die Monthly, also monatlichen aktiven Nutzer, allerdings nur um 2,196%. Nee, stimmt gar nicht. Das sind 2,196 Milliarden insgesamt, sondern um 3,14% gestiegen. Aber im Vorquartal waren es 3,39%. Ich weiß nicht, ob ihr euch das alles jetzt merken konntet, aber wie gesagt, die Infos im Link in den Shownotes. Aber unterm Strich, Facebook scheint es gut zu gehen. Gut zu gehen tut es auch Amazon und der Familie von Echoes, die die so haben, denn sie haben jetzt Zuwachs bekommen. Und witzigerweise passt das sogar mit Zuwachs, denn es gibt Kinder. Also nicht direkt, aber es gibt den Echo Dot für Kinder. Das ist praktisch dieser kleine Pack oder Puck, wie man es jetzt ausspricht, aus der Echo-Familie und der ist für Kinder gedacht. Kommt mit so einem robusten, ja, was ist das, Schaumgummiplastik-Zeugs drumherum in bunten Farben. Ansonsten eigentlich das gleiche Gerät, aber es kommt gebundelt mit diversen Sachen für Kinder, Hörbucher, Elternkontrollfunktionen und anderen Zeugs drumherum. Kostet mit 80 Dollar in den Amerika auch 30 Dollar mehr als der normale Echo Dot. Und ja, das muss man im Endeffekt quer rechnen mit den kindgerechten Inhalten, die mitgeliefert werden und dann gucken, ob es sich für die Kinder lohnt, diese spezielle Echo Dot-Variante zu kaufen oder ob nicht ein normaler Echo Dot vielleicht so reichen würde. Das müssen dann die Eltern selber entscheiden. Was ihr aber noch entscheiden könnt, zurzeit zumindest, ist, ob ihr das neue Google Gmail benutzen möchtet. Denn das wurde jetzt vorgestellt und viele Nutzer können es aktivieren, indem sie oben rechts auf dem Zahnrad in Gmail auswählen, dass sie das neue Gmail testen möchten. Es sieht in der Optik schon mal ganz anders aus, oder ganz anders, vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall anders aus und hat auch diverse neue Funktionen. Zum Beispiel ist es jetzt auch möglich, E-Mails auf so eine Art Wiedervorlage zu setzen. Sprich, sie werden ausgeblendet und zu einem gewissen Zeitpunkt wieder einem vorgesetzt. Und man kann E-Mails mit einer SMS absichern. Also die E-Mail wird rausgeschickt, aber erst wenn einer über SMS einen Code bekommt, kann er sich die E-Mail angucken. Ja, noch diverse andere Funktionen gibt es und beispielsweise auch eine Unsubscribe-Funktion, wenn man ganz viele Mails von einer Person bekommt, die aber eigentlich nicht liest, oder nicht von einer Person, von einem Absender, dieser aber nicht liest, von einer Firma zum Beispiel, oder von einem Webdienst, dann wird Google einem dann anbieten, diesen zu unsubscriben. Das gab es auch schon in den Inbox von Google, hat aber anscheinend auch nicht so toll funktioniert. Und ja, eigentlich eine schöne Sache, die ganzen Änderungen. Optik gefällt mir persönlich auch sehr gut. Ich teste das jetzt mal in den nächsten Tagen ausgiebiger aus. Und das war auch nicht alles von Google heute. Denn Google hat auch einen neuen Aufgabenplaner vorgestellt, und zwar Google Tasks. Der kann sich durchaus in Gmail integrieren, es gibt ihn aber auch als Standalone-Version für Android und iOS. Und was macht er? Jo, To-Do-Listen, abarbeiten, erstellen, was auch immer. Also das, was eigentlich alle von diesen Aufgabenplanern machen. Und ob es das besser kann oder nicht, das müsst ihr selber für euch entscheiden. Ich glaube, gerade bei To-Do-Listen ist auch jeder irgendwie anders gestrickt. Und manche schwören auf bestimmte Dienste oder Apps, die für andere irgendwie gar nicht gehen. Aber testen kann man es ja mal. Und letztes Thema für heute, eigentlich ein Doppelthema, ist Snapchat. Die haben jetzt die Snappables rausgebracht. Das sind interaktive Linsen, wo man den Kopf benutzt, um die Linsen zu steuern und damit halt ein Spiel zu spielen oder Funktionen auszulösen. Diese sind noch nicht für alle Nutzer freigeschaltet. Aber wenn ihr sie habt, dann sind sie neben den normalen Linsen, die rechts sind, dann links zu finden, neben dem Aufnahme-Button, wenn ihr euer Gesicht ausgewählt habt. Ich habe sie noch nicht, deswegen konnte ich es noch nicht testen. Und ob das jetzt wirklich so viel Spaß macht oder auch Snapchat hilft, neue Nutzer zu gewinnen, das wird sich noch zeigen. Eine andere Sache, die von Snapchat wohl auch relativ sicher anscheinend diese Woche kommt, sind neue Spectacles. Also die Brille, mit der man Snaps aufnehmen kann. Da gab es ja schon die Gerüchte und es gab auch schon Infos über eine Patentanmeldung und weitere Unterlagen, die eingereicht werden mussten. Und nun hat Riot angekündigt, dass die wohl wirklich diese Woche kommen. Von Snap selber gibt es noch keine richtige Ankündigung. Deswegen wird es spannend, denn die Woche ist ja auch schon morgen vorbei. Oder die rechnen bis Sonntag. Gucken wir mal, ob da was kommt. Ich bin mit der alten Spectacles eigentlich ganz zufrieden gewesen für den Einsatz, für den sie gedacht war. Aber bin gespannt, was die neue da wirklich bringt und wie teuer die dann angeboten wird. Ja, und das war es auch schon für heute, Donnerstag. Ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag, einen schönen Schultag. Nach heute habt ihr nur noch den Freitag vor der Backe und ich hoffe, wir hören uns da morgens wieder. Und dann kann ich euch später ins Wochenende lassen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.